Hey, die haben die kaputt gehauen. Siehst du den Norte? Der landet in deinem Arsch, wenn du dich nicht weißt. Was ist denn das für ein Viech? Ist das ein Otter? Was hast du denn schon wieder? Erst hörst du Stimmen, dann siehst du Otter. Ja, hier ist ein Otter. Lass den gefälligst in Ruhe. Warum hat der mir den Brofuss gegeben? Wann? Ah, der hat sich auf dem Bus geklostet, Bruder. Der Otter? Nein, es gibt ja noch zwei. Ach so. So, Bruder. Das ist gezeichnet, sonst haben wir keine Brofuss dabei gehabt. Ah, ich bin gerade um die Ecke. Der kriegt direkt ein Feuerball gegen mich fast. Oh Gott, der hat noch Schaden, ey. Ja, Bjo. Wie heißt die, rassistischer Brugoman? Geil. Die heißen alle irgendwie Rassisten. Deshalb spielen nicht viele Schwarze dieses Spiel. Er könnte jetzt Weihnachtsschisch zu sein, ey. Ich hab gedacht, da steht Russisch, ey. Das ist auch nicht schön. Wir müssen ja flüchten, bevor wir in jedem Werbe. War mitten im Gespräch, ey. Ja. Wir müssen ja flüchten, bevor wir blöch. Gehen wir nach Eltenfurt zurück. Ja. Wir sind jetzt so viel Rassisten. Jetzt sind die nicht mehr Rassisten. Ja. Du bist doch der größte Rassist von den allen, ne? Nein. Na, irgendwie schon. Ich mach immer nur kleine liebliche Anspielungen. Gute Arbeit. Der Daniel, der spielt direkt die Hose im Westen. Wer hat der denn da? Wir haben Fisch und noch mehr Fisch. Und einen Topf. Und Getränk. Was möchten sie denn trinken? Ich will Getränk. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich leg mich in den Fisch. Jetzt setze ich nicht mehr. Ey, das ist ein Problem. Ja. Alles deine Stuhl. Wie sollen wir denn jetzt so tanzen? Ja, gar nicht. Bist du bei dir ja noch am Tanzen? Ja. Ich war auf dem Stuhl, du Pisser. Wie kommst du denn darauf, dass ich tanze? Wann habe ich denn jemals in diesem Spiel tanzt? Ja, aber ich hab doch gesagt, ich setze mich auf den Stuhl. Wie kommst du denn darauf? Ich tanze. Ich tanze auf den Stuhl, ey. Na, da ist er schon wieder mit dem Otter. Ja, was soll das sein? Ich hab doch keine Ahnung, da ist kein Zoologe, ey. Nein. Ich mein was, du da? Ich lieg im Fisch. Ich lieg im Fisch. Ich lieg im Fisch. Geil. Der Schild. Der Schild. Abgelehnt. Wir müssen uns Tanzkleidung besorgen. Wieso? Bei dir müssen wir mal so ein leichtes Set irgendwie so auftreiben, halb wir zum Tanz anziehen. Gibt's irgendwie Stripper-Kleidungen hier in dem Spiel? Gibt's irgendwie Stripper-Kleidungen hier in dem Spiel? Ja, weil das eine Fähigkeit ist, ne? Ja. Ah ne, er muss ja von diesen Schlüpfling-Dingen irgendwas abnehmen, glaub ich. Ja, das ist vom Keks-Poeten. Oder? Äh, weiß ich nicht. Ich guck mal. Was ist in deinem Brustteil, was du da abgenommen hast? Äh, keine Ahnung, das ist vom Keks-Poeten. Ich glaub, du musst ja vom Schlüpfling irgendwas abnehmen. Ja, genau. Weil der Schild war ja immer noch an, den man abgenommen hat. Ja, stimmt. Wo ist was von? Saube, da musst du ihn mal irgendwas abnehmen. Ja, echt? Da hast du ja gut durchdacht, ey. Mit dem Gesicht im Fisch. Geh weg. Nicht mein Gesicht. Nicht mein Gesicht. Ja. Bin ich ein Teddybär oder was? Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich find's gut. Da guckt er. Der steht dazu. Der gibt's nichts zu sehen. Nein. I approve of this. Man, hier steht ja wie so ein Gangster. Ja. Oh, homo hier. Ja, das sind meine Bros. Die dürft ihr nicht anfassen. Ich will auch mitmachen. Wir sind die Gangster hier. Ja. Ja, was? Bitch. Müssen wir doch synchron die Münze nach oben werfen? Wie Bitch. Kannst du das lesen? Ja. Bei mir ist das irgendwie Sternchen, Sternchen, Sternchen. Wieso können andere das lesen? Ich aber nicht, was? Was? Ja. Ja, das ist irgendwie nicht so. Was? Was machen? Irgendwie sieht das komisch aus, oder? Was? Wieso mein Schwert fahren, oder so, durch deinen Kopf vielleicht? Mal schnell, ich kann mich nicht so lange halten. Matrix. Bim, bim, düp, düp, düp. Bim, bim, düp, düp. Ja! Ja! Boah, wir sind mein Schwert so blutbedeckt. Oder ist der bloat rote? Ich kann auf Kommando schreien Es nervt im Weihnachter, ich schreie schon wieder Ja Nie winken Ich kann auf Kommando schreien